Dieser Film handelt von einem jugendlichen Intensivstraftäter, Ibrahim. Sein Spitzname Hadida. Das bedeutet hart wie Eisen. Jeder kannte mich in der Ökern als Hadida, der Abzieher. Täglich sucht er Beute. Täglich schlägt er zu. Ich wollte, dass das gerne noch mehr kocht und wir alle noch mehr lauter und höher in die Luft springen mit mehr Geld und Kohle. Gerade mal zwölf Jahre alt wird er zum Bandenboss. Seine Gang, die Neuköllner Killer Boys. Immer wieder sucht ihn die Polizei und findet ihn meistens zu Hause bei seiner Familie. Meistens sind die wirklich mit einem Rambock reingestimmt. Die haben immer sehr laut geklopft. Polizei. Mit 14 ist Hadida strafmündig. Es bleibt nicht mehr nur bei Verhören auf der Wache. Er geht in den Knast. Sechseinhalb Jahre. Wegen schwerer Körperverletzung und 70 weiterer Delikte. Ibrahim Al-Khalil ist 24 Jahre alt und war bereits ein Drittel seines Lebens im Gefängnis. In der Jugendstrafanstalt Plutzensee hat er seine Jugend gemeinsam mit Totschlägern, Mördern und Vergewaltigern verbracht. Was macht das mit einem jungen Menschen? Und wie steht er zu seinen Taten, wenn er zurückschaut? Er ist seit drei Jahren raus aus dem Knast. Er will nicht mehr Hadida, hart wie Eisen genannt werden, sondern bei seinem richtigen Namen, Ibrahim. Ein Schlussstrich. Irgendwann mal gehörtest du ja zu denen, die man die sogenannten jugendlichen Intensivtäter nannte. Hat mich auch nicht abgeschreckt, gar nichts. Im Gegenteil, es hat mir noch mehr Schub gegeben. Jetzt bin ich Intensivtäter. Also das war sozusagen eine Art nächster Schritt auf der Karriereleite. Also hey, die Leute kennen mich, die Behörden kümmern sich besonders um mich. So ungefähr. Da muss man es ja sehen, oder? Um Hadida zu verstehen, muss man dorthin, wo er aufgewachsen ist. Nach Berlin-Neukölln. Vor zehn Jahren lange nicht so hip wie heute, sondern ein Brennpunkt. Mit Drogen, harter Kriminalität und Gangs wie Ibrahim's Killer Boys. Er zeigt mir den Kiez, den sie vor zehn Jahren beherrschten. Hier waren wir tagtäglich. Das war dann sozusagen unser Stützpunkt. Rumgestanden und gecheckt, was geht und wir müssen uns das vorstellen. Genau, wir haben uns getroffen. Nachmittags, wir waren im Internetcafé, haben uns irgendwelche Videos angeschaut, haben uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann der eine und der andere kommt und dann wird gesagt, gut, was machen wir heute? Worum gehen wir? Ihr seid ja schon losgezogen. Ja, wir sind mit dem Ziel natürlich hingegangen. Okay, wir machen Geld. Ja, wie muss man sich das machen konkret? Was habt ihr gemacht? Immer was spontan. Irgendjemand läuft. Er hat zufälligerweise sein Handy in seiner Hand. Oder man sieht so von der Seite in Ordnung, er hat irgendwas Wertvolles an seinem Hals oder eine teure Uhr. Und dann spricht man ihn an und man droht. Direkt hier, am helllichten Tag? Am helllichten Tag. Oft setzen wir die so unter Druck, dass wir die in Hausfluren reinziehen oder so in Seitenstraßen. Also zu zweit, zu dritt. Genau. Nimmt man jemanden, schiebt den in den Hausflur und sagt, hier, her damit. Genau, so ungefähr, ja. Hadida ist nie allein unterwegs, zieht mit anderen Kids durch die Straßen. Immer auf der Suche nach Opfern. Die Neuköllner Streetworker Britta Feustl und Thomas Haller kennen das Viertel und die Jugendlichen in- und auswendig. Was treibt Jungs wie Ibrahim ein? Es geht da, glaube ich, ganz viel immer auch darum, sich so vor der Gruppe zu bewähren. Als jemand, der sich was traut, auf den man sich auch, wenn irgendwas passiert, verlassen kann, der nicht nach Hause wegrennt oder so. Und sagt, das ist mir jetzt hier zu krass, was ihr hier abzieht. So, da habe ich keine Lust drauf. Sondern da geht es, glaube ich, auch immer ganz viel um Solidarität der Gruppe gegenüber und solche Sachen. Sie stehen für den anderen ein. Auch wenn man auf andere Truppen trifft, ist es ja ein Schutz, wenn man dann noch ein paar Leute um sich herum hat. Und wenn man allein unterwegs ist nach der Schule, dann ist man schon ganz schön ausgeliefert. Und von daher ist es fast schon in bestimmten Gegenden überlebenswichtig, die Gruppe zu haben. In Neukölln sieht Ibrahim sein Revier. Und schon früh strebt er nach Anerkennung und Macht. Er will wer sein im Kiez, will, dass die Leute von ihm sprechen. Dafür schlägt er schon mal zu, raubt und klaut. Wie viele habt ihr am Tag abgezogen teilweise? Manchmal fünf, manchmal drei. Und manchmal haben wir es dazu gebracht oder so weit gebracht, dass wir am Tag fünf oder sechs, sieben Jugendliche abgezogen haben an verschiedenen Orten, weil wir dann gieriger geworden sind. Wir waren mittlerweile so bekannt, dass jeder wusste, diese kleinen Verbrecher, die holen dauernd neue Ware, Technik, ob es Laptop ist oder Handy oder Schmuck. Ibrahim ist damals zehn Jahre alt. Ein Kind. Ich war ja selbst 1,40 und ich sah auch aus wie ein Milchbubi ohne Bart. Ich meine aber, wenn da ein Jugendlicher ein Messer sieht, dann bekommt er erstmal... Aber ihr habt euch sofort gezeigt. Ja, ja. Oft hatten sie Waffen. Genau, gib mir deine Sachen oder ich stech dich ab oder ich bring dich um. In dieser Straße kannte ich keinen, der kein Messer oder Todeschläger besaß. Jeder hatte irgendetwas dabei. Und oft war es auch so, dass man sich dann gegenseitig präsentiert hat. Guck mal, was für ein neues Messer ich habe. Also hier saß man drin und hat gesagt, guck mal hier, ich hab mir ein großes Messer gekauft. Es ist Hadidas Weg zu Ruhm und Respekt. Er steigt auf in der Hierarchie des Viertels. Irgendwann hast du ja so weit dazugelernt, dass du deine eigene Gang zusammengestellt hast. Wir hatten Geld, wir hatten ein paar Mädchen im Club kennengelernt. Dann dachten wir, okay, wir haben jetzt alles erreicht. Und dann haben wir gesagt, okay Jungs, da die Jungs von Richard, dann gibt's die Jungs von Spinne, dann gibt's die Jungs vom Herzberg, dann gibt's die, warum machen wir nichts Eigenes und so. Irgendwann mal kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen uns einfach NKB. NKB? Wir sind die Neuköllner Killer Boys. Okay. Und dann haben wir angefangen uns T-Shirts und Pullovers aufzudrücken. Wir haben dann Spraydosen genommen, sind durch Berlin und haben es auf Boden, auf Wände. Ich wollte immer mehr Benzin reinkippen. Kommt hier ums Schloss durch ganz Berlin, überall müssen wir sprayen, auf überall. Du warst schon der, der es auch angetrieben hat. Ich hab mich nie als Anführer oder als Boss so gefühlt. Aber so, dass ich immer einen mehr machen wollte, ja. Dann war's schon am nächsten Tag bei polizei.de. Wir haben's ja alle verfolgt. Und wenn man da steht, fühlt man sich gut? Man fühlt sich sehr gut. Die Heidegg-Siedlung. Ein sozialer Brandpunkt am Ende der Sonnenallee, auch heute noch. Es ist Ibrahims Mikrokosmos. Er war noch nie raus aus Belieben. Musik läuft. Ich rapp jetzt. Wir wollen uns fesseln und knebeln, mit ihnen gesetzen und regeln. Wir geben dick ein Fick darauf, denn so läuft es in unserer Gegend. Heidegg-Siedlung. Ja, ein Ghetto-Labyrinth. Die haben das können nichts machen. Schon als kleines Kind von der Gegend geprägt. Habe mit Päckchen getickt. Graue Zone-Family, wir haben die Szene im Blick. Als Hilfsarbeiter oder von der Stütze leben oder doch Gangster werden. Wie groß ist der Sog der Kriminalität? Musik Sind auch ein paar dabei, die einen ähnlichen Weg gemacht haben wie du? Fast die ganze Siedlung, ja. Diese Straße oder dieser ganze Bezirk war wie ein Löwengehege. Jeder war einfach nur auf Tour. Alle haben nur kriminelle Scheiße gemacht. Wir haben 60 Intensivtäter in dieser einen Siedlung und diese Siedlung ist nicht verdammt groß. Ibrahim wächst als ältester Sohn einer palästinensischen Familie auf. Elf Geschwister, wenig Platz, wenig Geld. Zuhause sprechen alle Arabisch. Ich konnte auf der Schule kein Deutsch sprechen, weil die ganzen Nachbarn, die im Umkreis von zwei Kilometern nur Araber waren. Bei uns in der Straße nur Arabisch und in der Schule sollte ich Deutsch sprechen. Okay, und du warst sechs Jahre alt und hast gemerkt, kannst du nicht. Nach 30, fünf Monaten habe ich gemerkt, in Ordnung, Deutsch fällt mir schwer. Und wenn ich zwei, drei Mal was falsch gesagt habe, haben ein paar gelacht. Die Klasse, ich gehörte nicht zur Klasse. Ich war anwesend, aber ich gehörte nicht zu denen. Er ist ein Außenseiter, der schon in der Schule die Spielregeln bricht. Ich störe den Unterricht, fliege raus, begrabsche alle Taschen, Jacken draußen. Wenn Geld drin war, war Geld drin. Wenn nicht, dann war es halt so. Oder Süßigkeiten, egal was drin war. Dann sehe ich vor jedem Klassenraum Kakao und Milch stehen. Die Flaschen, dann nehme ich zwei, gehe auf Toilette, trinke die und gehe wieder zurück. So hat sich, so fing es an. Irgendwann beginnt auch die Gewalt. Auf dieser Linie gibt es ja mehrere Schulen, nur wenn man hier aufsteckt, ist klar, hier ist weit und breit im Umkreis von zwei Kilometern keine andere Schule außer diese eine Schule. Und auf dieser Buslinie wissen alle, wer hier aussteigt, ist Sonderschüler. Und dann sind die alle so am Kichern und am Lachen. Und das mit 12, 13, das hat meinen Kopf so kaputt gemacht. Ich habe das immer mitgemacht und bis ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr. Ich habe mich so eklig gefühlt und so. Bis ich gesagt habe, ist mir egal, wenn das nächste Mal wieder passiert, dann haue ich rauf. Und das habe ich dann auch gemacht und dann gab es kein Kichern mehr und dann gab es kein Lachen mehr. Und dann habe ich mich gut gefühlt aber. Dann hat keiner mehr gelacht, dann wussten wir, da ist der kleine Araber, der letztens den Typen geschlagen hat. Wir lachen diesmal lieber nicht. Er sagt, das Klima an der Sonderschule treibt die Abwärtsspirale nur noch schneller an. Da waren plötzlich Schüler, die genauso wie ich waren, die selben Probleme hatten. Und diese ganzen Jugendlichen alle auf einen Fleck. Jungs, die zu viel Energie in sich haben, vielleicht kriminelle Energie. Es ist klar, dass es nach hinten losgeht. Wir sind nach der Schule Clown gewesen, manchmal vor der Schule, manchmal zwischendurch und nebenbei. Und wir haben auch unsere Lehrerin beklaut und so einen ganzen Scheiß. Wir haben halt Mist gebaut. Wir haben immer weitergemacht. Ibrahim schwänzt immer häufiger den Unterricht und zieht durch Neukölln. Er ist angefixt vom schnellen Geld. Klauen und gleich wieder verkaufen. Manchmal macht er 200 bis 300 Euro am Tag. Viel Geld für einen Elfjährigen. Wir wollten natürlich so sein wie die Großen. Und die Großen liefen hier rum mit? Die liefen rum, ja. Die hatten damals nur ein Zeichen, 44. Man wusste, das sind Neuköllner, 36, die kommen aus Kreuzberg. Weißt du, wir wollten auch einfach nur dazugehören. Wir wollten mitmischen, wir wollten auch am liebsten ganz oben mitmischen. Man weiß, das sind meine Vorbilder, das sind die Großen. Und die haben uns hier ausgenutzt und haben das mitgemacht. Und ab und zu haben die uns geholfen, damit die sagen, hey, der hat uns geholfen. Also es gab schon Regeln, die ihr einhalten musste. Also ihr durftet den Großen nicht ins Gehege kommen? Auf jeden Fall. Es war so. Also ganz frühe Auswahl auch von Nachwuchs. Ja, wir waren sozusagen die nächste talentierte Generation, was kriminell angeht. Und immer kommen neue, noch jüngere hinzu. Auch sein kleiner Bruder wird straffällig. Jahre später, als Ibrahim bereits selbst im Knast sitzt. Er war im Knast, ich war im Knast. Heutzutage war fast jeder Zweite im Knast. Es ist kein Weltuntergang. Nur wichtig ist, dass wenn man rauskommt, sagt, okay, ich war und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und bin durch die Stadt losgezogen und bin reingekommen. Liege nicht an meinem Bruder. Ich habe nicht mit meinen Bruders Jungs gechillt. Und das war von mir selber alleine. Ja, aber ich denke dann immer so, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn ich von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen wäre, dann wären vielleicht meine anderen Brüder auch diesen gleichen einen anderen Weg gegangen. Mein Bruder hat auch vor kurzem so einen kleinen Mist gemacht, was gar nicht nötig war. Und ich habe auf ihn eingeredet und ich habe ihm gesagt, hör zu, wenn du dein Leben nicht in die Reihe kriegst, dann tut mir leid. Wenn ich mich mit meinem Bruder streite und zwei, drei Minuten später irgendein Polizeiwagen so vorbeifährt, dann habe ich direkt diesen scheiß Gedanke. Dann musste ich ihn anrufen und genau das hasse ich. Genau dieses Gefühl will ich gar nicht mehr haben. Ja, ich will nicht mehr denken, scheiße, ich muss anrufen. Genau so ging es meiner Mutter damals mit mir. 1992 fliegt die Familie vor dem Krieg im Libanon nach Deutschland. Die Eltern wollen ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten und ein Leben ohne Gewalt. Der Libanon war seit 1975 Schauplatz eines Bürgerkriegs. Über 15 Jahre bekämpfen sich verschiedene ethnische Gruppierungen und Konfessionen. Zigtausend Menschen sterben. Die Hauptstadt Beirut ist bei Kriegsende nahezu zerbombt, die Infrastruktur zerstört. Und über 800.000 Menschen fliehen vor Kugeln, Bomben, Folter und Armut. Auch für Ibrahims Eltern ist Flucht der einzige Ausweg. Er ist gerade mal ein knappes Jahr alt, als seine Mutter mit ihm flieht. Kurze Zeit später flieht auch der Vater von Beirut nach Kuba, von dort über Umweg in die Niederlande. Nach anderthalb Jahren Flucht kommt auch er in Berlin an. Die Familie ist wieder vereint. Heute wohnt die Familie in Neukölln. Das ist Ibrahims Schwester Ulla. Sie ist vier Jahre älter als er. Mein Vater hat sehr vieles erzählt. Er hat immer wieder erzählt, wie er gefoltert wurde im Libanon. Er weiß, was Krieg ist. Er weiß, was Gewalt ist. Er weiß das alles. Und das möchte er uns hier ersparen. Deswegen sind wir hier. Das hat er ihnen immer wieder erklärt. Lass es sein. Hat er auch irgendwann mehrmals Ibrahims. Umso mehr, glaube ich, hat es ihn aufgeregt, dass ich in so einer Gang war. Weil ich erinnere mich an einem Tag, da hatte ich so eine Gaspistole bei mir. Es war Silvester. Da war ich mit meinen Jungs unterwegs und da war so ein Streifenwagen. Und ich hab da einfach so aus ... Ich hab die gegen die Scheibe hinten so rangehalten und da war ein Polizist. Und dann hat er mich so angeguckt und ich hab angefangen zu flattern. Ich hab die Waffe sofort so runtergenommen. Und dann gab's Festnahmen und haben die meinen Vater angerufen und dann auf dem Nachhauseweg hat er angefangen zu weinen. Hat mir gesagt, da war es auch das erste Mal, dass er mit mir so offen gesprochen hat über die Flucht. Er hat gesagt, ich habe so viele Waffen in meiner Hand halten müssen und du willst das hier weiterführen? Und er war so wütend auf mich, so unfassbar wütend. Und ich hab in seinen Augen gesehen, der hat den Teufel vor sich gesehen. Das erste Mal habe ich meinen Vater so aggressiv gesehen. Ich hab trotzdem weitergemacht. Ich hab trotzdem weitergemacht, ja. Doch sein Vater glaubt an Ibrahim. Er gibt ihn nicht auf, macht immer neue Angebote. Mein Vater ist auch zum Fußballverein gegangen und hat ihn angemeldet und hat ihm gesagt, bitte lass den mal hier einfach ausprobieren, damit es nicht mehr weiter zu Problemen kommt. Ich war auch talentierter Fußballspieler. Aber da gab's halt Jungs und die haben mir gefahren und die haben mir auch zu diesem Zeitpunkt gut getan. Und ich wollte auch gern mit denen sein und Straftaten begehen. Ich hab mich bei denen wohlgefühlt und nicht verarscht gefühlt, nachher erst. Aber in dem Augenblick habe ich halt Fußball reduziert und mehr mit Freunden. Und das war mein Fehler. Ibrahims Brutalität bringt ihm den Spitznamen Hadida ein. Hart wie Eisen heißt das. Er sieht sich als der King des Viertels, wird Bandenboss und giert nach Meer. Dabei ist er immer noch ein Kind. Ibrahim ist erst zwölf Jahre alt. Irgendwann mal in meinem Leben gab es diese Hemmschwelle gar nicht mehr. Irgendwann mal wollte ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das Geld war ja schnell weg. Das war schnell weg. Zwei Tage, drei Tage. Dann musst du mal wieder Tankstelle. Tankstelle, Spätkauf. Ja, aber mit Pistole auch. Also mit gefakten Pistolen. Das war für mich normal. Und ich würde das auch gegenüber von einem Polizeirevier machen. Weil es für mich irgendwann mal normal geworden ist. Jeder kannte mich in der Ecke als Hadida, der Abzieher oder sowas. Also du hattest einen Ruf dir aufgeraut. Hadida berauscht sich an der Macht, die er über andere gewinnt. Keines seiner Opfer will vor der Kamera darüber sprechen. In unserem Gespräch zeigt Ibrahim nur selten aufrichtiges Mitgefühl. Oder lässt diese Gedanken gar nicht erst zu. Ich habe die Opfer dann erniedrigt. Irgendwann kam das mit diesem mächtigen Gefühl. Er hat mir schon seine Sachen gegeben, aber ich wollte noch mehr. Ich habe ihn so was wie, keine Ahnung, am Busch springen lassen oder am Teich oder Liegestütze machen lassen. Einfach, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach machen lassen. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich habe die Opfer nicht gut behandelt. Ich habe mit denen so Psychosachen gemacht. Ich habe die gedroht, deren Wohnung anzufackeln und so. Also es hat sich immer weiter gesteigert? Immer weiter, ja. Hadida lebt seinen ganz eigenen Gangsterfilm. Seine Geschichten sind erschreckend. Er pusht seine Gang zu immer krasseren Taten. Ich habe viel manipuliert und viel Kopfwäsche gemacht mit Jugendlichen, unseren Jungs und so. Ich glaube dadurch... Wie lebt das, wie lebt so eine Kopfwäsche ab? Ich war derjenige, der es immer so schön geredet hat. Uns kann gar nichts passieren. Frag den und den. Und diejenigen, die er fragen sollte, waren natürlich Hochkriminelle. Von denen habe ich es ja auch so gelernt. Mach alles, was du kannst und willst, solange du noch nicht 14 bist. Weil dann kann dir nichts passieren. Es gibt natürlich ganz oft dieses Prinzip, dass es jemanden gibt, der sagt, da lang geht's und alle marschieren mit. Also indem man natürlich vielleicht der Coolste ist von allen, die besonders dollen Straftaten schon begangen hat. Aber auch, weil man einfach rhetorisch bewandert ist, weil man vielleicht respektloser ist oder weil man halt die Kombi von sozialem Verhalten und Respektlosigkeit gut auch mischen kann. Da gibt es ganz verschiedene Merkmale, warum jemand im Ansehen bei den anderen dann steigt. Als Gefängnisarzt kenne ich viele Geschichten, die seiner ähneln. Doch Ibrahim ist weitergegangen als andere, die ich kenne. Bis zum Exzess. Schon mit 13 ist er nicht mehr zu stoppen. Wie oft warst du zwischen 12 und 14, wie oft warst du da bei der Polizei? Ich weiß nicht, jeden zweiten Tag glaube ich. Ich habe am Tag manchmal fünf Straftaten begangen oder sechs. Und die Polizei kam nicht hinterher. Mein Sachbearbeiter kam jeden Tag mich abholen. Der hat dir ja gesagt, Ebo, wenn du so weitermachst, landest du im Knast. Aber das war für mich unvorstellbar. Bei 14 ist Schluss. Das war für mich unvorstellbar. Also für dich war es alles ein großer Spaß noch irgendwie. Ich habe es alles nicht so ernst genommen, wie es wirklich war. Ibrahims Bruder Mohammed kann sich noch gut an die Dauerbesuche der Polizei erinnern. Ein Haftbefehl folgt dem nächsten. Doch die Polizei muss ihn immer wieder laufen lassen. Denn mit 13 ist er noch nicht strafmündig. Meistens sind die wirklich mit dem Rambock reingestimmt. Ich habe das aber öfters mitbekommen. Weil die haben immer sehr laut geklopft. Polizei. Die waren da ja, ihr Sohn Ibrahim hat eine Straftat begangen oder ihr Sohn Ibrahim hat ein Haftbefehl offen. Gab es irgendwo in dieser Zeit so ein Ziel? Du konntest dir vorstellen, wie dein Leben dann später weitergehen würde? Wie das weiterlaufen würde? Nein. Ich hatte kein Ziel. Du hast dich einfach treiben lassen. Genau. Ich hatte keine Perspektive. Ich hatte auch keinen Wunsch. Ich wollte das weiter so einfach haben, wie es ist gerade. Mit dem 14. Lebensjahr ändert sich für Ibrahim alles. Er ist jetzt strafmündig. Und die nächste Verhaftung lässt nicht lange auf sich warten. Es ist im Sommer 2006, als Ibrahim alias Hadida zum ersten Mal die Kontrolle über sich und seine Aggressionen verliert. Zusammen mit einem Kumpel beraubt er einen Jungen. Dieser alarmiert sofort seinen Vater. Die Situation eskaliert. Ich habe diesen Typen wiedererkannt. Nur der Vater ist ausgestiegen direkt zu uns. Hat mein Freund gepackt am Hals und dann ging alles schnell. Ich habe schnell meinen Teleskop-Schlagstock gezogen, hatte ich hier drinnen. Und dann der erste Schlag direkt und erst dann umgekippt. Und dann habe ich noch ein-, zweimal geschlagen. Und dann kam auch der Dönerbesitzer raus. Ja, mit Messer. Und jeder wollte sich einmischen. Und dann bin ich schnell abgehauen. Nach der brutalen Tat irrt Hadida vier Stunden durch die Stadt. Verabredet sich sogar mit seiner Schwester zum Essen. Doch dann treibt es ihn, warum auch immer, zurück zum Tatort. Ein Einsatzkommando der Polizei erwartet ihn bereits. Also hier in diesem Laden haben die dich verhaftet. Ja. Und dann kamen die reingestürmt. Der Ladenbesitzer war schon sofort am Boden. Eine Sekunde später lag ich auch am Boden. Gefesselt mit Kabelbinder statt Handschellen. Und ich glaube zwei, drei, fünf Sekunden später kam dann dieser Jugendliche. Und dann hat er direkt auf mich gezeigt. Dann wurden alle wieder freigelassen. Und ich wurde dann direkt rausgezogen. T4-Bus ab nach Tempelhof. Warst du überrascht, dass man dich verhaftet? Weil du bist zurückgekommen? Ich war nicht überrascht, nee. Aber ich bin zu 100 Prozent davon ausgegangen. Ich komme zehn Stunden oder acht Stunden später wieder raus. Das heißt, du hast für dich gar nicht realisiert, dass du zwischenzeitlich 14 Jahre alt gewesen bist? Und? Doch, aber ich habe nicht gedacht, dass es heute mein letzter Tag wäre hier draußen. Okay. Ich bin 100 Prozent davon ausgegangen. Jetzt wieder der gleiche Prozess wie immer. Bla bla bla, Aussage hinher, okay, ciao. Bei mir war es halt so, dass der Staatsanwalt hat gesagt, stopp. Ich wusste, dass er was Falsches macht. Aber ich wusste nicht, dass es so krass ist. Dass es so schlimm ist, in dem Maß jetzt, wusste ich nicht. Ich habe es, da war ich an der Fachhochschule und auf dem Weg dahin mit der S-Bahn, mit der Ring, sitze ich da, es war 6.30 Uhr, sitzt eine ältere Dame mit ihrer BZ. Und schaue ich mir die Schlagzeile an. 14-jährige Intensivtäter. Hey, das ist das Foto, was in meinem, in unserem Wohnzimmer steht. Ich sage, nee, ich schaue mir das nochmal an. Ich habe es sogar von einer älteren Dame kurz mal genommen. Ich habe gesagt, sorry, aber ich muss mal. Die Presse schützt seinen Namen und nennt Ibrahim Ali. Der verletzte Familienvater überlebt nur knapp, dank einer Notoperation. Schlagzeile der Intensivtäter, Straffälle, Delikte etc. Ich war so erschrocken, dass ich in dem Moment erstmal weinen muss. Es war wie so eine Ohnmacht. Der Tag der Urteilsverkündung. Vor dem Gerichtssaal stürzt sich die Presse auf den 14-jährigen Ibrahim. Er wird wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat neuneinhalb Jahre gefordert. Er hat mir meine Luft weggenommen. Ja, er hat mir neuneinhalb Jahre. Ich war erstmal Boss und ich in meiner Zelle. Ich habe gesagt, der Beamte holt mir meinen Anwalt sofort her. Ich muss sofort hin. Ich sage, was will er neuneinhalb Jahre? Du hast jemanden ziemlich brutal verprügelt. Ja. Der auch genauso gut hätte draufgehen können. Ja. Als dann das Urteil fiel, sechs Jahre, neun Monate, warst du im Endeffekt glücklich? Nicht glücklich, weil ich sechs Neuen bekommen habe. Nein, um Gottes Willen. Ich war schockiert, dass ich sechs Neuen bekommen habe. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, bis ich in meinem Haftraum war und angefangen habe zu überlegen. 2006, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dann hat es bei mir Glück gemacht. Was für Ibrahim lange unvorstellbar war, wird zur Gewissheit. Er muss für sechseinhalb Jahre hinter Gitter. Mein Eindruck ist, Ibrahim denkt vor allem an sein eigenes Schicksal. Ich treffe mich mit ihm vor der Jugendstrafanstalt Plötzensee. Er war 14, als er reinkam, und 21, als er entlassen wurde. Neben Mördern und Totschlägern wird Ibrahim erwachsen. Wie hat er die Zeit im Knast erlebt? Und was waren das für Leute, mit denen du am Anfang zusammen untergebracht warst? Es waren Kapitalverbrecher. Die meisten waren Mörder oder Totschläger auf meiner Wohngruppe. Und die waren überwiegend älter alle. Fünf Jahre, sechs, sieben, acht Jahre, manche sogar. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, okay, das ist hier ein anderes Kaliber. Hast du deine Strafe damals als gerecht empfunden? Wenn ich heute, weil es jetzt gerade vergangen ist, würde ich sagen ja. In dem Moment damals? In dem Moment war es zu viel für mich. Was heißt das für dich, wenn du sagst, ich bin ganz froh, dass ich im Knast gelandet bin? Weg vom Fenster. Weg vom Fenster? Ich musste weg vom Fenster, weil ich wusste, wie ich drauf war und ich wusste, dass es immer intensiver wird und ich wusste, dass es auch irgendwann mal einen Knall geben muss. Entweder ich würde was abkriegen oder andersrum. Und deswegen bin ich froh darüber, dass die mich festgenommen haben und mich inhaftiert haben. Ibrahims Urteil. Bis dato Rekord für einen jugendlichen Straftäter. Die Richter setzen ein Zeichen, wollen abschrecken. Und die Medien stürzen sich auf den Anführer der Neuköllner Gang. Du hast Presse? Genau. Aber du hast dir egal, was für eine Presse? Hauptsache Presse. Hauptsache Presse. Hauptsache Presse. Genau. Und hat das den Respekt vor dir größer werden lassen bei deinen Jungs? Ich war ja in Haft und habe das verfolgt, was hier draußen abgeht. Auch die Jungs haben das gefeiert und die waren so froh, ey, unsere Gang ist in der Zeitung, in den Medien. Und, 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 einer von unseren Jungs. Im Nachhinein natürlich, so Jahre später, in der Haft, schämt man sich dafür, dass man so in der Presse gelandet ist, statt anders. Natürlich hat man sich gewünscht, positiv in der Presse zu stehen und nicht negativ. Aber damals war es dir egal. Damals war es mir egal. Ibrahim redet nicht gerne über seine Zeit hinter Gittern. Eines sagt er aber doch. Zum ersten Mal kommt er dort zum Nachdenken über sich und seine Taten. Und er stößt auf einen Text, in dem er seine Gefühle und Gedanken über die Haftzeit wiederfindet. Es gibt viele Lügen im Gefängnis, doch wiegen sie weniger schwer als anderswo. Denn sie sind lebensnotwendig. Man lügt, um ein wenig weiter existieren zu können. Und man belügt sich, um sich weiterhin ertragen zu können. Die ganz realen Verbrechen verbinden sich wieder mit den Albträumen. Und dann gewinnt alles den Anschein einer erfundenen Geschichte. Zu diesem Preis kann man überleben. Um das Gefängnis ertragen zu können, muss man ein anderer werden. Das Image, das Ibrahim sich auf der Straße erkämpft hat, muss er im Gefängnis hinterfragen und sich Perspektiven für die Zeit danach suchen. Die findet er eher zufällig in einem Theaterworkshop, der im Gefängnis angeboten wird. Zuerst ist er skeptisch, nimmt die Gruppe nicht ernst. Doch dann entdeckt er im Schauspielen seine Freude und sein Talent. Man lügt, um ein wenig weiter existieren zu können. Um existieren zu können? Ja, weiter existieren zu können. Und man belügt sich, um sich weiterhin ertragen zu können. Ja, damit man sich weiter ertragen kann. Die ganz realen Verbrechen verbinden sich wieder mit den Albträumen. Welche Albträume? Es gibt genug Albträume. Und dann gewinnt alles den Anschein einer erfundenen Geschichte. Welche Geschichte? Irgendeine erfundene Geschichte. Zu diesem Preis kann man überleben. Das ist die argentinische Theaterregisseurin Mirella Galbiati. Sie lernt Ibrahim bei einem Theaterprojekt im Gefängnis kennen. Er ist ein guter Schauspieler, weil er will arbeiten. Es ist nicht nur, dass er auf die Bühne geht und sagt, einfach einen Text. Er übt den Text und arbeitet wie jede Schauspielerin der Welt. Und ich glaube, dass Hadida das will. Er will Schauspieler werden. Und mit Arbeit plus dem Wunsch. Das ist perfekt. Ja, ich will weiter damit mit Theater. Ich will weiter. Ich will irgendwo einfach ... Ich will kein Ende haben mit Theater. Ich will gerne einfach um die Welt reisen mit Theater. Genau. Durch Theater hat sich mein komplettes Leben verändert. Okay. Machen wir das Gleiche, aber zweimal eigentlich hintereinander. Ja. 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 gleich zuzuschlagen wenn er eine ansage macht oder er von gewissen in irgendwelchen zusammenhängen kann er hier noch die schichten erzählen dann hören die natürlich zu die ohren werden immer größer von den jungs und insofern hat er da schon ein gewissen einfluss und kann da dinge bewegen das will er auch ibrahim kennt die hemmschwellen und ängste der kids die so aufwachsen wie er er möchte jetzt vorbild sein viele migranten wie ich damals ja die schämen sich anfangs dafür und sagen so das ist nicht mein ding und so aber ich würde jeden einfach nur vorschlagen oder rat schlagen einfach das mal auszuprobieren und ich bin mir ziemlich sicher dass von zehn bestimmt zwei sagen dass ich komme zunächst mal wieder vorbei hat dich gefängnis abgeschreckt ja diese erfahrung habe ich gemacht und da will ich auch nie wieder hin deswegen habe ich mir auch hier meine buchnummer gestochen sozusagen deine persönliche buchnummer die die in der ganzen haft begleitet hat genau ich bin der 458 im jahre 2006 gewesen ich kann mich damit gut identifizieren mit dieser nummer weil das ist ein teil meines lebens gewesen sieben jahre sechs jahre neun monate am stück meine ganze jugend was sehr traurig ist ich bereue weil es war vergoldete zeit ich musste einiges nachholen während die jungs erwachsen geworden sind ich bin auf eine andere art und weise erwachsen geworden leider im gefängnis die regisseurin mirala glaubt an ibrahim und sein talent alles den anschein einer erfundenen geschichte zu diesem preis kann man überleben um das gefängnis ertragen zu können muss man ein anderer werden kadida versuch anders in seinem leben zu sein diese regel dass wir haben von gesellschaft von familie draußen zu gehen und finden unsere platz in welt versuchen vielleicht finden wir nicht aber versuchen ibrahim sucht seinen platz in einem neuen leben doch den zu finden ist schwer besonders für ihn ausländerrechtlich besitzt ibrahim den status der duldung für den wegen erheblicher straftaten verurteilten ausländer bleibt sein aufenthaltsstatus selbst nach 23 jahren in deutschland weiter ungewiss das sind das für einschränkungen was muss man sich vorstellen was kannst du alles nicht nur kann sammelt gar nichts machen du kannst nicht aus berlin raus du darfst nicht arbeiten du darfst nicht studieren okay ich habe fehler begann aber man sollte sehen ich wurde dafür verurteilt und ich saß auch meine haftzeit dafür ich habe jeden verfluchten tag gesessen im knast aber ich bin wieder ich bin jetzt noch einem größeren gefängnis also wenn du dir vorstellst du spielst theater spielst tourney theater und die sagen wir gehen nach münchen wir gehen nach würzburg wir gehen nach stuttgart dann hättest du ein problem dann hätte ich ein problem dann müsste wieder das theater und deren ganzen produktionen deren anwälte und das wenn sie jemand für dich bürgt sozusagen dann darfst du doch wer bürgt schon für einen straftäter der wegen gewaltdelikten seine jugend im gefängnis verbracht hat er sagt dass er manchmal davon träumt sein altes leben einfach hinter sich zu lassen irgendwo neu anfangen wo ihn niemand kennt es ist ja so wie als würde man ein neues kapitel aufschlagen ein neues leben eine neue story eine neue geschichte ich kann einfach bei null anfangen neue nachbarn neue leute happy end ibrahim hat keinen plan b setzt alles auf eine karte die schauspielerei doch die gefahr wieder abzurutschen wie hoch ist die er sucht zwar neue freunde lebt aber immer noch im gleichen milieu läuft ständig alten kumpels über den weg immer wieder verspotten sie ihn wegen der theater geschichte ausgerechnet sein engster familien und freundeskreis das trifft den hau ich möchte gerade das machen was ich will und dann kommt diese ganzen klaren und sagt was machst du da du hampelmann oder du clown das ist meine eigene siebschaft ja die mir jeden tag ins gesicht lachen und sagen das was du machst finde ich toll und so und kaum drehe ich mich um heißt es so guck dir mal diesen spasten an oder diesen typen was der macht der labert irgendwas theater oder so die gönnen mir einfach nur im bau zu sitzen scheiße zu bauen und dann haben die gesprächstoff ohne ende jetzt haben die leider gottes nur ein gesprächstoff scheiße hat die da ist wieder zurück der macht keine scheiße mehr der spielt jetzt theater und das heißt diese leute die gar nicht so sehen hey gib mir mal eine zweite chance gott verfluchte scheiße du pass hast ich das sieben jahre mit 14 ja gib mir doch jetzt die möglichkeit ibrahim denkt nicht gerne an die zeit als neuköllner killer boy zurück und doch geht er vor die kamera was genau dahinter steckt ist schwer zu sagen seine art sich selbst als mahnendes beispiel zu begreifen oder der wunsch nach einer zweiten chance ibrahim war der kopf einer der gefährlichsten jugendbanden neuköllns heute sucht er über das theater und den film seinen weg raus aus der kriminalität doch noch steht er ganz am anfang seiner karriere was ist wenn er scheitert wenn er kein engagement als schauspieler bekommt wie groß wird dann die versuchung neue straftaten zu begehen ich glaube ich bin vernünftig genug ich weiß jetzt das ist richtig das ist falsch und auch wenn ich mit einem schlechten fuß aufstehe kann ich mich zusammenreißen und ich kann mich beherrschen ich kann mich kontrollieren und es ist alles wieder gut wir haben 60 intensivtäter in dieser einen siedlung und diese siedlung ist nicht verdammt groß ibrahim wächst als ältester sohn einer palästinensischen familie auf elf geschwester wenig platz wenig geld zu hause sprechen alle arabisch ich konnte auf der schule kein deutsch sprechen weil die ganzen nachbarn die umkreis von zwei kilometern nur araber waren bei uns in der straße nur arabisch und in der schule sollte ich deutsch sprechen ok und du warst sechs jahre und hast gemerkt kannst du nicht habe ich gemerkt in ordnung deutsch fällt mir schwer und wenn ich zwei drei mal was falsch gesagt habe wir haben ein paar gelacht die klasse ich gehörte nicht so klasse ich war anwesend aber ich gehörte nicht zu denen er ist ein außenseiter der schon in der schule die spielregeln bricht ich störe den unterricht fliege raus begrabsche alle taschen jacken draußen wenn geld drin war war geld drin wenn nicht dann war es halt so oder süßigkeiten egal was drin war dann sehe ich vor jedem klassenraum kakao und milch stehen die flaschen dann nehme ich zwei gehe auf toilette trinken gehen wieder zurück so hat sich das so fing es an irgendwann beginnt auch die gewalt auf dieser linie gibt es ja mehr schulen nur wenn man hier aussteigt ist klar hier ist weit und breit im umkreis von zwei kilometer keine andere schule außer dieser eine schule und auf dieser buslinie wissen alle wer hier aussteigt ist sonderschüler und dann sind die alle so am kichern und am lachen und das mit zwölf 13 das hat mein kopf so kaputt gemacht ich hab das immer mitgemacht und bis ich gesagt habe ich kann da nicht mehr ich habe mich so eklig gefühlt und so bis ich gesagt habe ist mir egal wenn das nächste mal wieder passiert dann hau ich rauf und das habe ich dann auch gemacht und dann gab es kein kichern mehr und dann gab es kein lachen mehr und dann habe ich mich gut gefühlt aber dann hat keiner mehr gelacht dann wussten wir da ist der kleine araber der letzten den typen geschlagen hat wir lachen diesmal lieber nicht er sagt das klima an der sonderschule treibt die abwärtsspirale nur noch schneller an da waren plötzlich schüler die genauso wie ich waren dieselben probleme hatten und diese ganzen jugendlichen alle auf einen fleck jungs die zu viel energie in sich haben vielleicht kriminelle energie es ist klar dass es nach hinten losgeht wir sind nach der schule klauen gewesen manchmal vor der schule manchmal zwischendurch und nebenbei und wir haben auch unsere lehrerin beklaut und so ein ganz scheiß wir haben halt miss gebaut wir haben immer weitergemacht im wohnen ibrahim schwänzt immer häufiger den unterricht und zieht durch neukölln er ist angefixt vom schnellen geld klauen und gleich wieder verkaufen manchmal macht er zwei bis drei hundert euro am tag viel geld für einen elfjährigen Wir wollten natürlich so sein wie die Großen. Und die Großen liefen hier rum? Die liefen rum, ja. Die hatten damals nur ein Zeichen, 44, man wusste, das sind Neuköllner, 36, die kommen aus Kreuzberg. Weißt du, wir wollten auch einfach nur dazugehören, wir wollten mitmischen, wir wollten auch am liebsten ganz oben mitmischen. Man weiß, das sind meine Vorbilder, das sind die Großen und die haben uns hier ausgenutzt und haben das mitgemacht. Zu krass, was ihr hier abzieht, da habe ich keine Lust drauf, sondern da geht es, glaube ich, auch immer ganz viel um Solidarität der Gruppe gegenüber und solche Sachen. Sie stehen für den anderen ein, auch wenn man auf andere Truppen trifft, ist es ja ein Schutz, wenn man dann noch ein paar Leute um sich herum hat und wenn man alleine unterwegs ist nach der Schule, dann ist man schon ganz schön ausgeliefert und von daher ist es fast schon in bestimmten Gegenden überlebenswichtig, die Gruppe zu haben. In Neukölln sieht Ibrahim sein Revier und schon früh strebt er nach Anerkennung und Macht. Er will wer sein im Kiez, will, dass die Leute von ihm sprechen. Dafür schlägt er schon mal zu, raubt und klaut. Wie viele habt ihr am Tag abgezogen teilweise? Ich war ja selbst 1,40 und ich sah auch aus wie ein Milchbubi ohne Bart und ich meine aber, wenn da ein Jugendlicher ein Messer sieht, dann bekommt er erstmal... Oh, ihr habt euch sofort gezeigt. Oft hatten sie Waffen, gib mir deine Sachen oder ich stech dich ab oder ich bring dich um. In dieser Straße kannte ich keinen, der kein Messer oder Todeschläger besaß. Jeder hatte irgendetwas dabei und oft war es auch so, dass man sich dann gegenseitig präsentiert hat. Guck mal, was für ein neues Messer ich habe. Also hier saß man drin und hat gesagt, guck mal hier, ich habe ein großes Messer gekauft. Es ist Hadidas Weg zu Ruhm und Respekt. Er steigt auf in der Hierarchie des Viertels. Irgendwann hast du ja so weit dazugelernt, dass du deine eigene Gang zusammengestellt hast. Wir hatten Geld, wir hatten ein paar Mädchen im Club kennengelernt und dann dachten wir, okay, wir haben jetzt alles erreicht. Und dann haben wir gesagt, okay Jungs, da die Jungs von Richard, dann gibt's die Jungs von Spinne, dann gibt's die Jungs vom Herzberg, dann gibt's die, warum machen wir nichts Eigenes und so. Irgendwann mal kamen wir dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen uns einfach NKB. NKB? Wir sind in der Kölner Killer Boys. Okay. Und dann haben wir angefangen uns T-Shirts und Pullovers aufzudrücken. Wir haben dann Spraydosen genommen, sind durch Berlin und haben's auf Boden, auf Wände. Erstens wollte ich noch mehr Benzin reinkippen. Kommt Jungs los durch ganz Berlin, überall müssen wir sprayen. Auf überall. Du warst schon der, der's auch angetrieben hat. Ich hab mich nie als Anführer oder als Boss so gefühlt. Aber so, dass ich immer einen mehr machen wollte, ja. Und dann war's schon am nächsten Tag bei polizei.de. Wir haben's ja alle verfolgt. Und wenn man da steht, fühlt man sich gut? Man fühlt sich sehr gut. Die High-Deck-Siedlung. Ein sozialer Brennpunkt am Ende der Sonnenallee. Auch heute noch. Es ist Ibrahims Mikrokosmos. Er war noch nie raus aus Berlin. Musik läuft. Ich rapp jetzt. Sie wollen uns fesseln und knebeln, mit ihnen gesetzen und regeln. Wir geben dick ein Pick darauf, denn so läuft es in unserer Gegend. Heideggsiedlung. Ja, ein Ghetto-Labyrinth. Die haben, das können nichts machen. Schon als kleines Kind von der Gegend geprägt. Habe mit Päckchen getickt. Graue Zone-Family. Wir haben die Szene im Blick. Als Hilfsarbeiter oder von der Stütze leben oder doch Gangster werden. Wie groß ist der Sog der Kriminalität? Sind auch ein paar dabei, die einen ähnlichen Weg gemacht haben wie du? Fast die ganze Siedlung, ja. Diese Straße oder dieser ganze Bezirk war wie ein Löwengehege. Jeder war einfach nur auf Tour. Alle haben nur Krim. Ab und zu haben die uns gehalten, damit die sagen, hey, der hat uns gehalten. Also es gab schon Regeln, die ihr einhalten musste. Auf jeden Fall. Also ihr dürftet den Großen nicht ins Gehege kommen? Auf jeden Fall. Es war so. Also ganz frühe Auswahl auch von Nachwuchs. Ja, wir waren sozusagen die nächste talentierte Generation, was Kriminell angeht. Und immer kommen neue, noch jüngere hinzu. Auch sein kleiner Bruder wird straffällig. Jahre später, als Ibrahim bereits selbst im Knast sitzt. Er war im Knast, ich war im Knast. Heutzutage war fast jeder Zweite im Knast. Kein Weltuntergang. Nur wichtig ist, dass wenn man rauskommt, sagt, okay, ich war und ich mache jetzt das Beste daraus. Ich habe die falschen Freunde kennengelernt und bin durch die Stadt losgezogen und bin reingekommen. Liege nicht an meinem Bruder. Ich habe nicht mit meinen Bruders Jungs gechillt. Und das war von mir selber alleine. Ja, aber ich denke dann immer so, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn ich von Anfang an einen ganz anderen Weg gegangen wäre, dann wären vielleicht meine anderen Brüder auch diesen gleichen einen anderen Weg gegangen. Mein Bruder hat auch vor kurzem so einen kleinen Mist gemacht, was gar nicht nötig war. Und ich habe auf ihn eingeredet und ich habe ihm gesagt, hör zu, wenn du dein Leben nicht in die Reihe kriegst, dann tut mir leid. Wenn ich mich mit meinem Bruder streite und zwei, drei Minuten später irgendein Polizeiwagen so vorbeifährt, dann habe ich direkt diesen scheiß Gedanke, dann muss ich ihn anrufen. Und genau das hasse ich. Genau dieses Gefühl will ich gar nicht mehr haben. Ja, ich will nicht mehr denken, scheiße, ich muss anrufen. Genau so ging es meiner Mutter damals mit mir. 1992 fliegt die Familie vor dem Krieg im Libanon nach Deutschland. Die Eltern wollen ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten und ein Leben ohne Gewalt. Der Libanon war seit 1975 Schauplatz eines Bürgerkriegs. Über 15 Jahre bekämpfen sich verschiedene ethnische Gruppierungen und Konfessionen. Zigtausend Menschen sterben. Die Hauptstadt Beirut ist bei Kriegsende nahezu zerbombt, die Infrastruktur zerstört. Und über 800.000 Menschen fliehen vor Kugeln, Bomben, Folter und Armut. Auch für Ibrahims Eltern ist Flucht der einzige Ausweg. Er ist gerade mal ein knappes Jahr alt, als seine Mutter mit ihm flieht. Kurze Zeit später flieht auch der Vater von Beirut nach Kuba. Von dort über Umweg in die Niederlande. Nach anderthalb Jahren Flucht kommt auch er in Berlin an. Die Familie ist wieder vereint. Heute wohnt die Familie in Neukölln. Das ist Ibrahims Schwester Ulla. Sie ist vier Jahre älter als ihm. Mein Vater hat sehr vieles erzählt. Er hat immer wieder erzählt, wie er gefoltert wurde im Libanon. Er weiß, was Krieg ist. Er weiß, was Gewalt ist. Er weiß das alles. Und das möchte er uns hier ersparen. Deswegen sind wir ja hier. Das hat er ihnen immer wieder erklärt. Lass es sein. Hat er auch immer mehrmals Ibrahims. Umso mehr, glaube ich, hat es ihn aufgeregt, dass ich in so einer Gang war. Weil ich erinnere mich an einem Tag, da hatte ich so eine Gaspistole bei mir. Es war Silvester. Da war ich mit meinen Jungs unterwegs und da war so ein Streifenwagen. Und ich hab da einfach, einfach so aus... Ich hab die gegen die Scheibe hinten so rangehalten und da war ein Polizist. Und dann hat er mich so angeguckt und ich hab angefangen zu flattern. Ich hab die Waffe sofort so runter genommen. Und dann gab es Festnahmen und haben die meinen Vater angerufen. Und dann auf dem Nachhauseweg hat er angefangen zu weinen, hat ihm gesagt. Da war es auch das erste Mal, dass er mit mir so offen gesprochen hat über die Flucht. Er sagt, ich habe so viele Waffen in meiner Hand halten müssen. Und du willst das hier weiterführen? Ja? Und er war so wütend auf mich. So unfassbar wütend, ja? Und ich hab in seinen Augen gesehen, der hat den Teufel vor sich gesehen. Das erste Mal habe ich meinen Vater so aggressiv gesehen, ja? Ich hab trotzdem weitergemacht. Ich hab trotzdem weitergemacht, ja. Doch sein Vater glaubt an Ibrahim. Er gibt ihn nicht auf, macht immer neue Angebote. Mein Vater ist auch zum Fußballverein gegangen und hat ihn angemeldet und hat ihm gesagt, bitte lass den mal hier einfach ausprobieren, damit es nicht mehr weiter zu Problemen kommt. Ich war auch talentierter Fußballspieler. Aber da gab es halt Jungs und die haben mir gefahren und die haben mir auch zu diesem Zeitpunkt gut getan. Und ich wollte auch gern mit denen sein und Straftaten begehen. Ich hab mich bei denen wohlgefühlt und nicht verarscht gefühlt. Nachher erst. Aber in dem Augenblick hab ich halt Fußball reduziert und mehr mit Freunden. Und das war mein Fehler. Ibrahims Brutalität bringt ihm den Spitznamen Hadida ein. Hart wie Eisen heißt das. Er sieht sich als der King des Viertels, wird Bandenboss und giert nach Meer. Dabei ist er immer noch ein Kind. Ibrahim ist erst zwölf Jahre alt. Irgendwann mal in meinem Leben gab es diese Hemmschwelle gar nicht mehr. Irgendwann mal wollte ich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das Geld war ja schnell weg. Das war schnell weg. Zwei Tage, drei Tage. Dann musst du mal wieder Tankstelle. Tankstelle, Spätkauf. Ja, aber mit Pistole auch teilweise. Also mit gefakten Pistolen. Genau. Das war für mich normal und ich würde das auch gegenüber von einem Polizeirevier machen. Weil es für mich irgendwann mal normal geworden ist. Ich habe damit, jeder kannte mich in der Ecke als Hadida, der Abzieher oder sowas. Also du hattest nur einen Ruf, der aufgeraut. Hadida berauscht sich an der Macht, die er über andere gewinnt. Keines seiner Opfer will vor der Kamera darüber sprechen. In unserem Gespräch zeigt Ibrahim nur selten aufrichtiges Mitgefühl oder lässt diese Gedanken gar nicht erst zu. Ich habe die Opfer dann erniedrigt. Irgendwann kam das mit diesem mächtigen Gefühl. Er hat mir schon seine Sachen gegeben, aber ich wollte noch mehr. Ich habe ihn sowas wie, keine Ahnung, im Busch springen lassen oder am Teich oder Liegestütze machen lassen. Einfach, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach machen lassen. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Ich habe die Opfer nicht gut behandelt. Ich habe mit denen so Psycho-Sachen gemacht. Ich habe die gedroht, deren Wohnung anzufackeln und so. Also es hat sich immer weiter gesteigert. Immer weiter, ja. Hadida lebt seinen ganz eigenen Gangster-Film. Seine Geschichten sind erschreckend. Er pusht seine Gang zu immer krasseren Taten. Ich habe viel manipuliert und viel Kopfwäsche gemacht mit Jugendlichen, unseren Jungs. Und so. Ich glaube dadurch. Dieser Film handelt von einem jugendlichen Intensivstraftäter. Ibrahim. Sein Spitzname Hadida. Das bedeutet hart wie Eisen. Jeder kannte mich in Neukölln als Hadida, der Abzieher. Täglich sucht er Beute. Täglich schlägt er zu. Ich wollte, dass das gerne so noch mehr kocht und wir alle noch mehr lauter und höher in die Luft springen mit mehr Geld und Kohle. Gerade mal zwölf Jahre alt wird er zum Bandenboss. Seine Gang, die Neuköllner Killer Boys. Immer wieder sucht ihn die Polizei und findet ihn meistens zu Hause bei seiner Familie. Meistens sind die wirklich mit einem Rambock reingestimmt. Die haben immer sehr laut geklopft. Und jetzt zwei. Mit 14 ist Hadida strafmündig. Es bleibt nicht mehr nur bei Verhören auf der Wache. Er geht in den Knast. Sechseinhalb Jahre. Wegen schwerer Körperverletzung und 70 weiterer Delikte. Ibrahim Al-Khalil ist 24 Jahre alt und war bereits ein Drittel seines Lebens im Gefängnis. In der Jugendstrafanstalt Plutzensee hat er seine Jugend gemeinsam mit Totschlägern, Mördern und Vergewaltigern verbracht. Was macht das mit einem jungen Menschen? Und wie steht er zu seinen Taten, wenn er zurückschaut? Er ist seit drei Jahren raus aus dem Knast. Er will nicht mehr Hadida, hart wie Eisen genannt werden, sondern bei seinem richtigen Namen, Ibrahim. Ein Schlussstrich. Irgendwann mal gehörtest du ja zu denen, die man die sogenannten jugendlichen Intensivtäter nannte. Hat mich auch nicht abgeschreckt, gar nichts. Im Gegenteil, es hat mir noch mehr Schub gegeben. Jetzt bin ich Intensivtäter. Das war sozusagen eine Art nächster Schritt auf der Karriereleiter. Also, hey, die Leute kennen mich, die Behörden kümmern sich besonders um mich. Da muss man es ja sehen, oder? Um Hadida zu verstehen, muss man dorthin, wo er aufgewachsen ist. Nach Berlin-Neukölln. Vor zehn Jahren lange nicht so hip wie heute, sondern ein Brennpunkt. Mit Drogen, harter Kriminalität und Gangs wie Ibrahims Killer Boys. Er zeigt mir den Kiez, den sie vor zehn Jahren beherrschten. Hier waren wir tagtäglich. Das war dann sozusagen unser Stützpunkt. Und dann haben wir uns gecheckt, was geht und wo müssen wir uns das vorstellen? Genau, wir haben uns getroffen. Nachmittags, wir waren im Internetcafé, haben uns irgendwelche Videos angeschaut. Da haben wir uns unterhalten über Gott und die Welt. Und dann der eine und der andere kommt und dann wird gesagt, gut, was machen wir heute? Worum gehen wir? Ihr seid ja schon losgezogen. Ja, wir sind mit dem Ziel natürlich hingegangen, okay, wir machen Geld. Ja. Mach mal konkret, was habt ihr gemacht? Immer was spontan, irgendjemand läuft, er hat zufälligerweise sein Handy in seiner Hand oder man sieht so von der Seite in Ordnung, er hat irgendwas Wertvolles an seinem Hals oder an seine teure Uhr und dann spricht man ihn an und man droht. Direkt hier am helllichten Tag? Am helllichten Tag. Oft setzen wir die so unter Druck, dass wir die in Hausfluren reinziehen oder so in Seitenstraßen. Also zu zweit, zu dritt? Genau. Nimmt man jemanden, schiebt den in den Hausflur und sagt, hier her damit. Genau, so ungefähr, ja. Hadida ist nie allein unterwegs, zieht mit anderen Kids durch die Straßen. Immer auf der Suche nach Opfern. Die Neuköllner Streetworker Britta Feustl und Thomas Haller kennen das Viertel und die Jugendlichen in- und auswendig. Was treibt Jungs wie Ibrahim an? Es geht da, glaube ich, ganz viel immer auch darum, sich so vor der Gruppe zu bewähren. Als jemand, der sich was traut, auf den man sich auch, wenn irgendwas passiert, verlassen kann, der nicht nach Hause wegrennt oder so und sagt, das ist mir jetzt hier. Ja.